Ich habe jetzt nochmal 5,28, aber ziemlich konstant. Das funktioniert echt nicht, die 5V kommt. Die Kamera, die braucht ja nur 60mm, das glaube ich auch nicht. Was viel mehr gibt der Sender denn noch nicht hier? Das muss man reintun, ne? Ne, ich kann eigentlich hier hinten laufen, aber das ist auch meine Idee. Ich bin eigentlich so schön, dass die Arme nicht so weit sind. Ja. Ach so, da kommt der Arme wieder gegen. Ja. So, hier nicht parken da mit angeschalteten Sender, ne? Nicht vor mir. Du hast die Kamera, ja. 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 Ja.